Mehr Monster, mehr Grusel, mehr Nostalgie-Kick, knallige Farben, Teenie-Romanzen und Folgen in Spielfilm-Länge. Stranger Things ist mit der vierten Staffel zurück und wir sprechen spoilerfrei über unseren Ersteindruck. Jetzt beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Am 27. Mai startet die erste in Anführungszeichen Hälfte der vierten Staffel Stranger Things auf Netflix und wir konnten bereits ein paar Folgen der Staffel vorab sehen. Wir, das sind zum einen Sven, hallo, Patrick und ich, euer Moderator Paul. Und bevor wir mit unserem Ersteindruck zur vierten Staffel beginnen, sei vorher gesagt, dass es eine, also das hier wird eine spoilerfreie Besprechung. Wir werden keine der wichtigen Handlungsdetails jetzt aus den ersten drei Folgen der neuen Staffel vorwegnehmen. Worüber wir allerdings reden werden, das sind Staffel 1 bis 3, wenn da was passiert ist und auch über die Dinge, die bereits jetzt in den Trailern zur neuesten, also zur vierten Staffel zu sehen waren. Wenn das bereits zu viel ist, der sollte vielleicht noch einmal wiederkommen, wenn er oder sie die ersten Folgen dann gesehen hat. Außerdem möchte ich jetzt nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie wir drei denn überhaupt zu dieser Serie, zu Stranger Things, dem, ja, einem der größten Aushängeschilder von Netflix stehen. Ob wir uns gefreut haben, ob wir vielleicht sogar gehypt waren. Sven, wie sieht's bei dir aus? Bist du schon warm geworden mit den vorangegangenen Staffeln? Ja, ich muss sagen, ich hab, weil ich eh Fan von so Sachen bin wie Goonies, Super 8 und so weiter und so fort, war mir das natürlich dann direkt ein Verlangen, mir die erste Staffel heranzuziehen, weil sie ja natürlich auch dementsprechend geworben wurde. Ich war aber auch sehr schnell ein bisschen ernüchtert. Bei mir ging der Hype erst ab der zweiten Staffel wirklich los. Ich mochte die erste schon gerne, aber es war mir einfach auch ein bisschen zu wenig von allem. Es gab viele Sachen, die mir gefallen haben, aber wirklich richtig in den Hype-Train eingestiegen bin ich erst ab der zweiten Staffel. Und du, Patrick? Ich fand's sympathisch, aber ähnlich überbewertet. Winona Ryder war ja fast schon im Nicolas Cage-Modus, so hysterisch wie die war. Bei mir ist so dieser Hype erst so in der Staffel gekommen, wo die anderen gesagt haben, nee, das ist nicht mehr Manns. Also in der dritten, wo ich gemerkt hab, okay, jetzt macht's mir schon irgendwie mehr Spaß, weil sie da wirklich die 80er Jahre so referenziert haben, wie andere immer wahrgenommen haben. Ja, bei mir ist es genau andersrum. Ich mochte die erste Staffel und das hat sich dann so ein bisschen mit den letzten beiden so ein bisschen abgeflaut. Und eigentlich auch aus denselben Gründen, weil ich fand in der ersten Staffel, da war das noch alles so, ja, da war es noch ein bisschen subtiler alles. Da war noch nicht so die volle Referenzenkiste und so einfach in your face. Das ist mit den letzten beiden Staffeln dann schon doch nochmal ein ganz schönes Stückchen angestiegen. Da war auch noch nicht so viel mit Monstern, da war das mehr, da blinken mal ein paar Lichter oder da verformt sich mal eine Wand und dann sieht man mal am Ende so ein, äh, so eine Außerirdische oder so ein Wesen da noch. Das hat sich jetzt natürlich mit den Staffeln ein bisschen geändert. Ich war jetzt trotzdem irgendwie gespannt auf die vierte Staffel, auch wenn ich für mich persönlich die dritte Staffel mit die schwächste war, weil ich einfach auch mit diesem ganzen Teenie-Romanzen und diesem Sommer-Feeling, das war mir alles einfach too much. Das war alles zu, weiß ich nicht, war mir zu kitschig. Für mich hat die dritte Staffel erst so in der zweiten Hälfte dann tatsächlich wieder mal ein bisschen was rausgeholt oder was, äh, was gezeigt, was, womit auch ich dann was anfangen konnte. Deswegen gemünchtige Führer, aber doch schon irgendwie, ich hab's auch gemerkt, wie mich jetzt so ein bisschen die Trailer oder wie, dann doch ein bisschen wieder abgeholt hat. Ähm, jetzt sind wir also hier in Staffel 4 angekommen. Wir haben die erste Hälfte der Staffel vor uns und wieder sind da diese imaginären Anführungszeichen dabei. Denn Hälfte heißt in dem Fall sieben von neun Episoden. Das ist eine interessante Veröffentlichungspolitik, die Netflix da dieses Mal fährt und nicht nur das, die einzelnen Folgen an sich, die haben diesmal auch gigantische Laufzeiten. Eine ist beinahe länger wie die andere, die kürzeste geht, glaube ich, 63 Minuten, ist die dritte Folge der vierten Staffel und das Staffelfinale, Folge 9, soll wahrscheinlich sogar zweieinhalb Stunden gehen, aufgrund dieser langen Laufzeit. Und ja auch, also die ersten Folgen allein umfassen ja auch schon 70 Minuten plus. Haben wir uns dazu entschieden, unseren Ersteindruck jetzt einfach nach drei Folgen aufzunehmen. Einfach Folge 1 bis 3, damit wir zumindest den kleinen Überblick da haben. Ich weiß von euch, dass ihr auch schon weitergeschaut habt, während ich hier der einzige bin, der sich brav nach drei Folgen abgeschalten hat. Egal, aber ich denke schon, dass anhand dieser drei Folgen, die wir jetzt wie gesagt wirklich spoilerfrei oder wie gesagt eben nur das vorwegnehmen, was man auch vielleicht schon im Trailer gesehen hat, dass man auch anhand dieser Folgen schon die Richtung und auch das Upgrade dieser Staffel ganz gut erfassen kann. Und wenn ihr jetzt erstmal nichts zu diesem kleinen Vorgespräch, zu diesem Vorgeplänkel habt, würde ich sagen, wir gehen einfach so kurz ein paar, einmal die drei Folgen und so durch und gucken uns mal, worüber wir reden. Was ist uns vielleicht im Vergleich zu den anderen Staffeln aufgefallen? Was ist nochmal neu geworden? Was ist vielleicht auch genauso wie in vorangegangenen Staffeln? Ja, vielleicht Sven, möchtest du einmal kurz zusammenfassen, worum sich denn jetzt diese vierte Staffel so ganz, ganz grob dreht? Die vierte Staffel mit den drei Folgen. Soll ich zu jedem so eine kleine Anekdote raushauen? Genau, mach es so ganz grob. Okay, also die erste Folge heißt Hellfire Club und da sehen wir einfach, wie Elphi jetzt Jane mit Will und dem Rest der Familie in Kalifornien versuchen, neue Fuß zu fassen. Und auch da funktioniert nicht alles so, wie man sich das wünscht. Genauso ist es in Hawking. In Hawking versuchen Lukas, Max und Dusty und Mike und der Rest der übrig gebliebenen Gang auch sich durch die Highschool zu schlagen. Und ja, natürlich gibt es immer wieder hier und da ein paar kleine Scharmützel und auch das Böse hat sich ein Upgrade besorgt. Genau, das sieht man wie gesagt auch schon, da gibt es diesen einen Shot schon sehr von der Gestalt, die uns diese Staffel wahrscheinlich länger begleiten wird. Genau, in der zweiten Folge, die Vekandas Fluch heißt, spitzt sich die Lage langsam zu. Veknaß, oder? Veknaß, habe ich falsch gesagt. Veknaß Fluch. Nicht Vekanda, Vekanda ist was anderes. Ach Gott, Vekanda ist Dinge. Vekanda ist Marble. Das ist auch der Name des Bösen. Befeiung. Veknaß Fluch. Also wie gesagt, die Lage spitzt sich langsam zu. Eine Mitschülerin wurde nämlich ermordet. Wir erfahren mehr über einen alten Freund, Nancy startet ihre eigene Recherche, um die Zeitung voranzutreiben und Elphi gerät in einen Zwischenfall, der größere Kreise ziehen könnte. Es klingt tatsächlich wie diese kleinen Episodenbeschreibungen, die dann immer unten bei Netflix aufploppen. Ich habe mir ziemlich viel Müll gegeben. Und die dritte Folge heißt Monster und Superhelden. Da ist es so, dass eine Bürgerwehr sich formiert und will natürlich den Mörder jagen in Hawking. Das tun sie auch. Zwischen Elphi und Mike gibt es Stress. Die alte Gang formiert sich auch langsam wieder. Und Elphi gerät in die Mühlen der Justiz und bekommt von unerwarteter Seite in Anführungsstrichen Unterstützung. Fertig. Genau, das ist es. Zwischendrin, wir haben jetzt noch einen Handlungsstrang, der natürlich so, also Joyce ist auch wieder mit dabei und darf wieder crazy Dinge oder Rätseln auf den Grund gehen. Das macht sie am liebsten in dieser Serie. Und natürlich auch, und das ist jetzt auch kein Spoiler, denn das ist tatsächlich ja schon seit der After-Credit-Scene überhaupt, ja, in Staffel 3, das Thema gewesen, beziehungsweise wurde es auch in den Trailern gezeigt. Auch Hopper, den gibt es noch. Ja, das meinte, ist mit alter Freund. Ja, okay. Ich hab's jetzt einfach mal, weil irgendwie so den kleinen Handlungsstrang gibt's ja hier auch, auf den wir vielleicht auch zu sprechen kommen. Ich find, oder ich hab mehrmals, während ich die Folgen jetzt geguckt hab, die ersten Folgen gedacht, ach, den gibt's auch noch. Ach, richtig, das ist auch noch ein Charakter. Und es war ganz schön viel, oder? Hattest du auch den Eindruck, Patrick? Ja, vor allem die ersten beiden Folgen, die brauchen wirklich ein bisschen, bis die in Gang kommen. Eben weil man jetzt mittlerweile so viele Charaktere hat und so viel etablieren muss, dachte ich in der ersten Folge, meine Güte, ist das gemächlich, bis dann dieser Bösewicht in Gang getreten ist und so diese Horror-Elemente reingebracht hat, die mich dann wieder gehuckt haben. Ja, definitiv. Es geht erstmal wirklich darum, alle ZuschauerInnen wieder abzuholen. Hier, guck mal, die gibt's, das ist so der Stand von denen, das ist der Beziehungsstatus, so sind die auseinandergegangen, das ist mit denen, der arbeitet jetzt dort, der macht das, weil immerhin liegen ja zwischen den letzten, ich weiß auch nicht, tatsächlich, wie viel liegt, ein Jahr ungefähr dazwischen, so in der Handlung. In der Handlung ist es ein Jahr im Dings. Ja, mittlerweile sind ja drei Jahre vergangen, die Pandemie hat das ordentlich rausgezögert. Wir sind anscheinend trotzdem im Jahr 1986, also das Jahr, in dem die Duffer Brothers geboren wurden, also die, die die Serie inszeniert haben, die haben wahrscheinlich selber keine große Ahnung von den 80ern. Deswegen ist das so ein bisschen nostalgisch verblendet, eben weil sie es ohne diese ganzen Schattenseiten durchlebt haben. Da kommt auch so ein kleiner Kritikpunkt. Ich bin selber 1986 geboren. Wir kriegen das alle wahrscheinlich selber nur von den wirklich guten Seiten mit und die haben wirklich versucht, alles an 80er Jahre Referenzen reinzuballern. Was ging, neben diesen vielen Charakteren, die sie etablieren mussten, also neben den Cameos, neben den neuen Charakteren, neben diesen ganzen alten Charakteren, die ja mittlerweile auch einige sind, muss da wirklich erstmal einiges etabliert werden. Ja, genau, erstmal wieder hier, also halt zurückgestellt werden, die müssen nochmal wieder neu ins Boot geholt werden. Ich hatte jetzt auch so das Gefühl, dass man da den einen oder anderen Charakter vielleicht jetzt auch die ersten drei Folgen so ein bisschen erstmal links liegen lässt oder denen einfach so einen Handlungsstrang erstmal zuschreibt, wo ich mir denke, okay, hätte man jetzt vielleicht auch gar nicht so gebraucht. Aber es muss halt irgendwie gemacht werden, um diese ganzen Figuren eben wieder unter einen Hut zu bringen. Sven, wie ging's dir? Ich muss sagen, ich hab dadurch, dass wirklich so zwischen den Staffeln jetzt auch so viel Zeit vergangen ist, ich war klar gehypt, ich hab mir auch nur einen Trailer angeguckt, mehr wollte ich dann auch nicht wissen, aber nach den ersten fünf Minuten hatten sie mich direkt volle Kanne wieder am Haken. Und ich find das Pacing passt wirklich wunderbar. Ich hab mich, also ich hab mich null gelangweilt, grad so die erste Folge, die ja wirklich so diesen gemächlichen Aufbau hat und am Schluss dann einen Hammer raushaut, wo ich gestern wirklich seit langem mal wieder mit offenem Mund vor der Glotze saß. Ich find's super, ich hab mich null gelangweilt, es war schön, die alten Charaktere wieder zu sehen und vielleicht auch ein paar neue wieder, die sie mit einführen und ich war wieder zurück in den 80ern. Was sagt ihr denn zu den Neuankömmlingen? Es sind so ein paar neue Highschool-SchülerInnen und dann natürlich dieses neue Wesen oder dieser neue Gegner, dieses neue Obermonster da, das können wir vielleicht als letztes dann sprechen. Aber was sagt ihr denn zu den anderen? Weil ich hatte das Gefühl, ach Mensch, man greift da schon wieder so tief in die Klischee-Kiste, ne? Man hat da einmal jetzt diesen neuen, diesen einen Kiffer-Freund, der irgendwie so Dauer-High ist und dann natürlich hat man auch immer wieder und das ist in, man kann's wirklich in jedem Highschool-Film oder so sehen, dann gibt's wieder da die typische Mobber-Gang oder die, in dem Fall ist es ein, ja, ist es eine junge Frau oder ist es ein Mädchen, was da, äh, die Elfie, äh, ärgert sozusagen. Och, das war Leute, könnt ihr euch nicht mal was anderes ausdenken, das hab ich schon so oft gesehen und es geht mir wirklich ein bisschen auf die Nerven. Und dann haben wir noch den Hellfire Club und da fangen schon diese ersten X-Men-Referenzen an, die sich durch die Staffel ziehen, der Hellfire Club war bei den X-Men so quasi eine böse Mutanten-Gang, die den X-Men zu schaffen gemacht hat und hier ist es eine Gruppe Dungeons & Dragons-Spieler und dann haben wir noch eine böse Gang, also auch so typisch 80er-Jahre-Klischee, also irgendwie ist es auch in der DNS mittlerweile schon sehr, sehr Stephen King-mäßig, das große, alte, böse, das könnte auch S sein oder irgendeines von Stephen Kings Kreaturen. Ja, aber sagen wir's mal so, die, was du, das ist Klischee, ja, aber das, klar, natürlich hast du das in jedem Highschool-Ding, aber das hast du auch bei, bei Cobra Kai, das hast du auch bei, ach, was weiß ich alles. Ja, aber warum denn? Denkt euch doch mal was Neues an. Oder gebt mir doch mal Charaktere, die irgendwie in so einer Grauzone sind. Ich meine, in der ersten Staffel, gut, ich hab die erste Staffel jetzt auch nicht lange gesehen, Steve war ja am Anfang auch so ein Charakter, wo man gedacht hat, oh, dieser, aber bei dem hat man's ja dann wenigstens so, also bei dem hat man's ja gedreht. Ähm, auch bei Billy hat man's jetzt nicht direkt gedreht, aber so, aber ich frag mich, warum, warum wiederholt man das denn immer wieder? Wir haben das schon so oft gesehen und, also, selbst innerhalb dieser Serie gab's dieses, jetzt allein dieses Klischee von dieser Gang halt. Ja, vielleicht gehört's auch einfach zu diesen, äh, Highschool-Dingen, äh, mit dem ich nichts, ich mir, ähm, würde mir manchmal so ein paar mehr so Graustufen-Charakter wünschen. Vielleicht blühen sie ja nachher auf in den kommenden Folgen, ich hab aber da eher nicht das Gefühl. Wenn du die 80er-Jahre referenzierst und die waren in der Zeit nicht unbedingt immer so subtil, dann passt das schon irgendwie zu der Gangart. Ja, es stimmt, aber ich, ich versteh schon, was du meinst, weil du springst ja auch immer wieder zwischen, zwischen Elphi und dem Hellfire Club hin und her und da beißt sich das schon ein bisschen. Also, wenn dann Angela hier auf Elphi rumhackt und die wirklich bis zum Gehtnimmer erniedrigt, hast du dann direkt den Sprung wieder zurück, wo dann die anderen, also die Sportler-Crew sich dann auch wieder gerne auf die Hellfire-Jungs stürzt. Ja, das hat mich, also es hat mich ein klein bisschen genervt irgendwann, das, das geb ich zu. Aber ich, äh, dachte bei Elphi, grad da, könnte es wirklich sein, dass das so auch ein wirklich ausschlaggebender Punkt ist, um vielleicht eine Veränderung herzukommen. Mich hat das, das kann natürlich sein. Ich hab das bei Elphi sogar so ein Stück weit an Carrie erinnert, das war ja auch so ein telekinetisch begabtes Mädchen, das wurde ohne Ende drangsaliert, also ich hab da gewisse Parallelen entdeckt. Und sie ist ja auch am Anfang sehr, sehr isoliert, also sie steht wirklich alleine da und eigentlich nur Will's Bruder ist bei ihr und er weiß auch nicht, wie er großartig helfen soll. Weil er, auch wenn die beiden irgendwie so übernatürliche Begabungen haben, er war quasi nur so der Wetterfrosch für das Übernatürliche und sie war eben wirklich eine Telepatin, die ein deutlich härteres Kaliber ist. Ja, ja, das, das stimmt schon, also die Referenzen, wie gesagt, das ist hier wieder, Referenzen kann man eigentlich überall entdecken, sei es jetzt, wie du gesagt hast, mit dem Hellfire-Club, aber auch eben in solchen Story-Elementen. Und ich hab mich auch mehr als einmal an die Werke von Stephen King, auch an S, hab ich das, also wirklich mehr als einmal denken müssen. Ich war tatsächlich zum Beispiel überrascht von einem Handlungsstrang von Max, weil ich fand, bei Max war es so die Einzige, die für mich tatsächlich wie so ein echter Mensch oder wie so ein echter Charakter rüberkam, weil die tatsächlich auch mit den Ereignissen aus den vorangegangenen Staffeln irgendwie, also die hatten irgendwie Auswirkungen auf sie. Die anderen waren schon wieder so, äh, Lucas geht jetzt zum Beispiel so voll in diese Sportsman-Schiene rein, dann Mike und Dustin, die sind halt immer noch so die, die Nerds oder die, halt die, die lieber Dungeon & Dragons spielen, als jetzt hier zu dem neuesten Spiel zu gehen oder was weiß ich. Aber ich hatte das Gefühl irgendwie, bei Max, das steckte, das steckte für mich irgendwie noch mit am meisten dahinter, auch wenn sie jetzt gar nicht so viel Screen-Time bisher hatte. Max hat schon eine tragende Rolle in der Staffel, das kann man schon mal sagen. Und das wird auch noch ein bisschen anders gewichtet. Da sind wir eben wieder beim Fokus. Die Folgen haben deutlich mehr Laufzeit und dadurch fühlt sich das so komisch gewichtet an. Mich hat's auch gewundert, wie wenig Dustin und Mike da jetzt Screen-Time hatten. Also das muss sich erst wirklich bei allen Charakteren irgendwie einpendeln, dann muss das und das etabliert werden. Weil die Charaktere treten zum Teil ja wirklich schon für die Story ein bisschen in den Hintergrund, bis sie dann ihren großen Auftritt haben. Ja, das stimmt. Was sagen wir denn zu Hopper? Seid ihr Hopper-Fans? Habt ihr gedacht, yay, juhu? Weil ich hatte mir schon am, also, nicht falsch verstehen, den Charakter, natürlich, mochte ich den auch oder ich hab mir den auch mitgefiebert. Aber ich hab mir dann schon nach seiner Sterbesequenz in Staffel 3 und dann die große Beerdigung und dann diese ganze, diese ganze emotionale Abschied, nur um dann fünf Minuten später das alles zu revidieren und zu sagen, guck mal, wer hier noch am Leben ist. Ja, das... Man muss bei Hopper sagen, man hat sich da dieses Türchen quasi offen gehalten zu dem Zeitpunkt, als sie ihn haben sterben lassen. Da war es noch nicht bekannt, ob sein Hellboy-Film durch die Decke gehen würde. Also wäre Hellboy erfolgreich gewesen, denke ich, Hopper wäre tot geblieben. Hellboy war jetzt noch nicht besonders erfolgreich, deswegen lebt Hopper jetzt. Sven. Oh nee, ich bin Hopper-Fan. Ich mag ihn, ich mag seine Entwicklung, finde ich sehr gut. Er wird immer sympathischer. Und ja, seine, ich, seine Vater-Figur hat er ja dann in der dritten Staffel zwar etwas übertrieben, aber gut angenommen. Hey, ich mochte ihn in der dritten Staffel auch am liebsten. Also da haben sie ihn von der Selbstironie mit am besten inszeniert als Fat Rambo, wie sie ihn da immer genannt haben. Genau. Ja, nee, also ich mag Hopper. Es gibt zwar andere Charaktere, die ich mittlerweile, ja, muss man jetzt warten, wenn er, wie sie es jetzt weiter verarbeiten. Ich persönlich muss sagen, in der vierten bis jetzt ist es so, dass ich am meisten über Murray gelacht habe. Ich habe auch sehr über Eddie gelacht, auch wenn das wirklich so der Klischee-Kiffer schlechthin ist. Aber irgendwo hat der noch neue Impulse in die sonst so brave Gruppe rangebracht. Was sagt man denn zu, äh, einen größeren Teil nehmen ja auch die Russen ein in diesem, in dieser Staffel. Jetzt natürlich kann die Serie jetzt nichts dafür, in welcher Zeit sie jetzt natürlich auch ausgestrahlt wird. Wie ging es euch da, hat das irgendeinen Faden Beigeschmack oder ist das jetzt, ich gebe es einfach mal in die Runde. Ich fand Hoppers Handlungsstrang in der Staffel irgendwie schon ein bisschen langweiliger, weil er einfach nicht viel zu tun kriegt, außer die meiste Zeit in Gefangenschaft zu sein. Dafür kann er nichts, das ist irgendwie so ein Element. Ja, irgendwo zieht sich sein Handlungsstrang, auch wenn er wirklich einen sehr bekannten deutschen Gast da bei sich hat. Ähm, ja, also keine Ahnung, auch da wirklich volle Klischee-Kiste, also alles so. Was, was, was denkst du, was denkt man, wo man, wo man an, an, an Russen denkt oder so. Also, ne, aus Perspektive jetzt zum Beispiel der Amerikaner dann, ja, das, das, das und das. Oh, fand ich auch komisch. Aber bei der Dritten haben wir die Russen ja auch schon. Ja, natürlich, ja, ja. Ja, und da sogar, finde ich, sogar noch einen Ticken in Anführungsstrichen bösartiger, als sie jetzt sind. Außer natürlich, ähm, Hoppers, ähm, Martyrium, das war schon bitter. Ja, aber ich muss sagen, es ist 80er, da ist der Kalte Krieg absolut auf dem Hoch gewesen. Vielleicht mache ich mir das auch mit meiner Erklärung ziemlich einfach, das kann gut sein. Aber mich persönlich, ich stürze null. Es waren für mich einfach halt, ja, die Straflager, klar, natürlich, da müssen Russen hin. Es könnten aber auch Chinesen. Okay, so viel vielleicht zu diesen Charakteren über den, über diesen neuen Gegenspieler oder über dieses neue Wesen. Wie gesagt, ich finde das Staffel 3, äh, Folge 3, ich weiß nicht, was ihr da schon wisst. Aber ich finde ihn, also ja gut, von der Erscheinung her nett. Aber ich finde ihn auch ein bisschen lame. Also, er ist halt so eine Figur da mit, weiß ich nicht, mit vielen Armen oder so. Und Tentakel. Ja, genau, mit Tentakel, aber so richtig. Also, ja, ist halt jetzt das nächste Upgrade zum, zu den, zu den Aliens davor oder was. Oder jetzt kann es auch auf einmal reden. Ich bin noch nicht so richtig hooked, auch wenn ich sagen muss, diese, diese Body-Horror-Elemente, die sie da haben, wenn sie da die Gesichter so verbiegen, die finde ich schon ziemlich nice. Oder wenn die Knochen da knacken und wirklich die ganzen Körper verbogen werden. Diese Body-Horror-Elemente, die sind wirklich klasse, als wenn sie da den Horror hochfahren. Und das merkst du, die Staffel wirklich, da sind deutlich mehr Insekten, Viecher, die sich rumtummeln, es ist nebliger und so. Also, wenn sie Horror referenzieren, da hauen sie voll auf die Kacke und referenzieren volle Kanne Stephen King. Deswegen ist das für mich wirklich so die Stärke der Staffel, das hat mich motiviert, eben weil ich wirklich ein guter alter Stephen King-Fan bin. Und Stranger Things bietet aktuell den besseren Stephen King-Content als aktuelle Stephen King-Produktion. Also, mir hat sehr gut gefallen und du siehst ja auch schon in der ersten Folge, dass sie den Horror-Anteil wirklich deutlich nach oben geschraubt haben. Mir persönlich gefällt es. Ich finde auch, dass, also dieses, das Böse, das jetzt auch sprechen kann, dass ich ein Upgrade bekommen habe und ja auch von Staffel zu Staffel immer stärker wird. Also, am Anfang hatten wir ja wirklich nur diese Geister und jetzt haben wir tatsächlich was, was reden und laufen kann. Hat mir sehr gut gefallen, weil er einfach auch immer und das immer wirklich so gut in Szene gesetzt wird. Gerade wenn es an diese Horror-Anteile geht, die haben es wirklich geschafft, mit jedem Bild eine bedrohliche, gruselige Atmosphäre und Stimmung aufzubauen. Was mich wirklich begeistert hat und ich habe gedacht, ich brauche eine ganze Folge lang, nur mit ihm. Vor allem, du spürst diese Bedrohung durch ihn, auch wenn er mal nicht hier im Bild ist, da wird nur so ein bisschen an den schrillen Tönen hochgeschraubt oder die Atmosphäre hoch und du merkst, okay, der brodelt gerade und kommt da irgendwie gerade so halb durch. Und das fand ich schon richtig cool gemacht. Aber ist es, also, ich fand, das hat es jetzt nicht unbedingt durch den Grusel gemacht, sondern eher durch die Epik, mit der, der inszeniert ist. Also, ich hatte zumindest bei den Folgen, die ich gesehen habe, bisher nicht das Gefühl, dass es mich jetzt irgendwie auf so eine unheimliche Art und Weise catcht. Und ich bin jetzt wirklich nicht der große Horror-Fan, also normalerweise schlage ich da auch ein bisschen schneller vielleicht an als andere. Aber ich hatte eher Probleme mit seiner Monstrosität, wie man ihn da zeigt oder dieses Wesen dann auch agieren lässt oder seine Opfer dann auch mal so wahllos manchmal vielleicht auswählt oder so. Also, das hat es schon, also, das wird schon mit voller Kraft vorgetragen und nicht jetzt, oh, jetzt machen wir mir hier mal so eine gruselige Atmosphäre, sondern nee, da fährt dann auch die Musik, wie Patrick jetzt auch schon gesagt hat, auch mal ordentlich auf. Nee, es stimmt schon, auch die, also, die Inszenierung, du siehst einfach, dass da so viel, nicht nur Geld drin steckt, sondern ich finde wirklich auch, wie alles halt aufgebaut ist, dass da so viel Können dahinter steckt, dass ich mich gestern Abend wirklich mehrfach vor dem Laptop verneige. Ja, der Produktionsaufwand, der ist wirklich riesig. Aber du siehst halt auch die, die Effekte. Grandios. Da kannst du null meckern. Also, wirklich null, wenn die Tentakel ihn connecten oder er dann halt wirklich langsam irgendwo runterläuft und alles verschiebt sich und die Leute bleiben stehen und denken, das macht schon, also, das macht schon, das ist schon absolut. Handwerklich ist das wirklich. Also, es ist auch wirklich eine ganz bunte Kiste eigentlich, ne? Also, du hast eigentlich diesen, wirklich diesen 80s-Flare, das sind knallbunte Farben, das sind hier die Best-of-Hits der 80er, die laufen hoch und runter. Dann gibt's auch hier wieder die Rollstuhlbahn, die Rollstuhlbahn, die Rollstuhlbahn, alles total bunt und dann halt im Kontrast dazu diese, ja, dann doch halt vor allen Dingen auch brutalen, durchaus brutalen Momente. Wie gesagt, Grusels findet bei mir nicht, aber auf jeden Fall vom ganzen Handwerk her ist das schon wirklich ordentlich. Also, ich mag wirklich so diese Tatsache, dass die irgendwie aus Hawkins rauskommt, aber Hawkins lässt die nicht los, weil das Upside-Down, dieses Zentrum des Bösen, ja eigentlich da stattfindet. Und dadurch merkst du noch nicht mal so großartig den Location-Wechsel, weil vieles wirklich beim Alten geblieben ist. Mann, also, ich merk auch keinen großen Unterschied jetzt, wenn sie jetzt da, ob sie da jetzt in Kalifornien auf der Rollstuhlbahn sind oder ob das in Hawkins war, pfff. Das stimmt, ja. Was sagt ihr denn zum, jetzt kommen wir wirklich mal auf die Längen zu sprechen, das wollte ich eigentlich zuvor machen, siehst du, das hab ich jetzt vergessen, egal. 70 Minuten oder die ersten zwei Folgen gehen, glaub ich, 70 Minuten, 77 Minuten so rum. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich überrascht, wie wenig das mir zumindest aufgefallen ist, weil es fühlt sich schon dann doch die Folge rund an. Wie gesagt, man hat wahnsinnig viel zu tun mit wahnsinnig vielen Handlungssträngen, es fühlt sich auch wahnsinnig viel an. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach drei Folgen fühle ich mich schon an, als hätte ich schon die Hälfte der Staffel oder etwas mehr als die Hälfte der Staffel hinter mir. Aber die Folgen an sich, ich hab jetzt nicht während der Folgen auf die Uhr geguckt und gesagt, oh, was, immer noch eine Dreiviertelstunde. Nee, absolut nicht. Die erste Folge, ich hab noch gedacht, oh, verdammt, hab ich irgendwie vorgespult aus Versehen. Oder, oder hab ich eine kürzere Fassung gekriegt und dann hab ich drauf geguckt und dachte, oh, nee. Also bei den ersten zwei Folgen war überhaupt keine Ermüdungserscheinung. Bei der dritten, bei der kürzesten, hab ich zwischendrin tatsächlich mal gedacht, ach, jetzt lass. Ich auch. Jetzt könnten wir doch bitte mal wieder zum Knackpunkt zurückkommen. Aber, und das ist einfach das, was ich so wirklich geil finde, als ich angefangen hab, im Inneren zu meckern, haben sie gemacht, zack. Und dann ging's schon wieder rund. Und ich dachte, okay, alles klar. Aber trotzdem, bei der dritten gibt's tatsächlich etwas Lerner. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Dann hab ich mir auch so gedacht, wow, jetzt ernsthaft bei der Folge, die nur 63 Minuten geht, da, und da gibt's jetzt kurz so einen Hänger. Ja, ging's dir auch so, Patrick? Ich hab die größten Längen erstmal wirklich in der ersten Folge gespürt, in der dritten auch. Und trotzdem ist es wirklich so, diese gesunde Balance, die sie irgendwann finden, sobald du denkst, ach man, jetzt wird's langsam nervig, switchen die zu einem anderen Handlungsstrang. Und das ist eben für mich die Stärke, diese Abstaffel 3 haben die Längen, können sie dadurch kaschieren, dass sie jetzt mehrere Charaktere haben. Und deswegen nicht die ganze Zeit auf ihre zwei Handlungsorte fixiert sein müssen, sondern durchswitchen können und so ein bisschen die Langeweile ausblenden können. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das im Laufe der Staffel jetzt weiterziehen wird. Gerade natürlich, also die letzte Folge, die, 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 ja, also, ja, die stellt halt alles, also, schade, also Stranger Things würde bestimmt auch im Kino sehr gut funktionieren, ne? Da als letztes, so, das Staffelfinale da, also ich bin gespannt, wie sie es ausbauen. Bisher, muss ich wirklich sagen, finde ich, dass sie das gut nutzen. Die kürzere Folge hätte ein bisschen kürzer sein können, aber bisher doch, ich bin, ich bin gespannt, auch wenn es jetzt schon in den 90-Minuten-Bereich geht, aber ich denk mal, sie haben einen Plan. Ich denk manchmal, äh, dass sie sich ein bisschen verhoben haben mit ihren vielen Charakteren. Sogar Millie Bobby Brown hat geschrieben, eigentlich müsste man so das Game of Thrones-Verfahren machen und mal ein paar Charaktere sterben lassen. Also ein paar kommt wirklich zu kurz, ein paar sind... Das Verfahren. Ein paar sind fast schon bessere Stichwortgeber und wir kriegen ja auch noch eine fünste Staffel. Also mal abwarten, ich freu mich jetzt schon nachher noch die letzten beiden Folgen zu schauen. Also ich hab wirklich die ersten fünf Folgen dann durchgebinged, obwohl ich am Anfang so ein bisschen genervt war. Und sobald der Horror losging, war ich gehuckt. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten, ich hab gerade nämlich noch Ozark, die vierte Staffel, die ich auf Netflix zu Ende gucken muss. Und danach gucke ich aber auch die restlichen von Stranger Things natürlich. So, jetzt einfach mal noch wild durch die Kante gefragt. Was waren noch so Dinge, die euch aufgefallen sind jetzt in den ersten drei Folgen? Was sind vielleicht... Was ist so vergleichsweise vielleicht zu den anderen Staffeln noch an... Was haben sie noch anders gemacht? Ich hab zum Beispiel noch eins. Dieses ganze Nerdige oder dieses... Hier Dungeon & Dragons oder Spielen, das wirkt jetzt fast wie so ein Pflichtprogramm, was man noch irgendwie einbringen muss. Aber es wirkt für mich zum Beispiel nicht mehr so natürlich, in Anführungszeichen, wie in den ersten Staffeln. Ist euch das irgendwie aufgefallen? Zu dem Dungeons & Dragons-Ding muss man ja auch sagen, dass ich... Also ich hab's früher auch ein-, zweimal gespielt, aber das war nicht so meins, dass sie ja teilweise viele Charaktere danach benannt haben. Und ich find, es rückt mit dem Hellfire Club schon ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, aber dadurch, dass dann auch diese Bürgerwehr sich formiert und die dann auch sagen, ja, ihr habt doch gehört in den Nachrichten, das machen nur Satanisten und sonst irgendwelche Freaks, finde ich, dass sie das ganz gut mit einarbeiten. Aber ich glaub tatsächlich, dass es gegen Ende und wir reden dann ab Folge 4 oder so, ähm, dann auch wirklich in Vergessenheit gerät, weil dann sind andere Sachen wichtig. Es ist wieder nur so ein Aufhänger und ich hatte auch manchmal so das Gefühl, also man handhabt's vielleicht nicht mehr so richtig oder so. Man macht sich auch mal so drüber lustig. Es gibt diese eine Szene, also das ist eine ganz kleine Szene, die wollen irgendwas herausfinden, ne? Das hat jetzt auch nichts mit Dungeons & Dragons zu tun, aber die wollen etwas, einen Namen herausfinden und gehen dann über den Filmgeschmack verschiedener Leute, um dann halt natürlich, denn der, der, der die Kifferfilme ansieht, der ist natürlich der Dealer. Also, und da muss man auch sagen, auch in dieser Staffel, der Humor, auch wenn jetzt viele gesagt haben, das ist die düsterste und die, äh, die brutalste oder was weiß ich, die dunkelste Staffel Stranger Things, ich finde, so den, so einen Humor, beziehungsweise so auch eine seichte Auseinandersetzung, die bleibt immer noch. Ach, du sprichst es gerade an, ich hab die ganze Zeit im Vorfeld Kritiken gelesen, die Staffel ist ja komplett humorlos und zu düster. Ja, ne? Fand ich nämlich nicht. Ich finde, der Humor ist nach wie vor vorhanden und vor allem damals, man darf nicht unterschätzen, wie streng religiös die Amerikaner sind und da haben die Dungeons & Dragons wirklich so dermaßen verteufelt, dass sie das mit Satanismus quasi gleichgesetzt haben. Die Parallele fand ich lustig, vor allem, weil dieser Ober-Dungeons & Dragons-Spieler aus der Clique dann wirklich auch noch so ein Hardcore-Dealer sein muss und ein Oberkiffer und alles. Sie haben es ordentlich in die Klischee-Kiste gegriffen und schon allein durch diese vielen Klischee-Kisten, die die aufmachen, kann ich es nicht bestätigen, dass der der Humor nachgelassen hat. Ne, absolut nicht. Also, ich finde auch, ich hab zwischendrin wirklich kräftig gelacht, sie haben eine gute Balance drin, als die an diesem Essenstisch saßen. Und hier Joyce sagt, sie fahren weg und Jonathan wirklich da sitzt und und sein Kumpel sagt, sie hat gesagt, sie fahren weg. Ah, ihr fahrt weg. Das ist so gut gemacht, dass ich, und halt Murray, der sich am Ende vom Tisch schon schlapplacht und sagt, ich weiß genau, was hier geht. Das macht einfach auch Spaß und man nimmt es ihnen ab und es wirkt, finde ich, nie irgendwie aufgesetzt und erzwungen. Vor allem ist das ein Nerd-Humor im Gegensatz zu Big Bang Theory, die sich nicht nur über die Nerds lustig macht, sondern auch mit denen lacht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen gespannt, wo ich in die Reise gehe, wobei ich auch schon natürlich mir so ein bisschen ausmalen kann, worauf es wieder hinauslaufen wird, weil die Schemen dieser Staffeln sind halt schon irgendwie gleich. Inwiefern jetzt das, vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf zu sprechen, dieses Flashback-Ding oder diese Vergangenheitsstory, die ja zum Beispiel in den ersten acht Minuten, die es ja auch schon frei auf YouTube, auf dem Netflix-Kanal zu sehen gibt, wo ja schon so ein Blick in die Vergangenheit gewagt wird. Inwiefern das jetzt noch so richtig relevant wird, für mich ist es ein bisschen, vielleicht auch eine Entmystifizierung von diesen ganzen Dingen, wo ich jetzt, weiß ich noch nicht, muss ich gucken, wie das dann wirkt. Was habt ihr noch dazu, also dass man jetzt auch die Hintergrundgeschichten so davon erfährt, von dieser Organisation oder von diesen Wesen, von denen vielleicht auch noch mehr vom Upside-Down, also stört euch das, dass das vielleicht nochmal, dass da nochmal näher drauf geblickt wird oder sagt ihr, gib mir mehr, ich will mehr von diesen Geschichten sehen? Ich bin Fan von so einer gesunden Balance. In den ersten Staffeln haben sie ja wirklich Parallelmontagen gemacht und das dann zusammen mit diesen Dungeons & Dragons Kämpfen da vermischt, dass da irgendwie Parallelen sind und die Kinder sich das so erklärt haben. Und hier packen sie dann stellenweise doch sehr den Erklärbären heraus. Für mich hat es das ein Stück weit schon entmystifiziert und ich hoffe nicht, dass sie dann mit der fünften Staffel jetzt komplett alles durch erklären. Das fände ich auch lahm, weil es ist immerhin eine andere Dimension, da gab es keinen Forscher, den sie da hinschicken konnten oder der da großartig von berichten konnte. Hier könnten wir auch zu Cthulhu-Parallelen kommen. Die Leute, die da diese Dimensionen gesehen haben, die sind alle durchgedreht. Die waren nicht mehr zurechnungsfähig, die konnten keine guten Berichte mehr abgeben. Wieso sollte das in Hawkins anders sein? Das fände ich scheiße. Also ich muss sagen, die ersten acht Minuten der ersten Folge fand ich sehr interessant, weil die könnten tatsächlich nochmal zu einem Turnover führen und das Ganze nochmal auf den Kopf schmeißen, was ich sehr geil fände. Ansonsten, ich habe es gerne ein bisschen mehr erklärt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, aus welchem Ei irgendwelche Xenomorphos oder was weiß ich, was geschlüpft sind. Das brauche ich jetzt nicht. Aber so ein klein bisschen in diesen Mythos eintauchen, gerade so mit dem neuen Bösen. Es wird so kommen, ich weiß es. Und es wird geil. Und ja, nee, ich mag das. Sie müssen es jetzt nicht bis alles bis ins kleinste Ende erklären. Aber ich bin gerne aufgeklärt. Wenn die Flashbacks jetzt tatsächlich noch schaffen, so ein paar Figuren, so nochmal neue Facetten oder nochmal ein bisschen mehr zu verleihen, dann bin ich da auch aufgeschlossener gegenüber. Und ich bin auch schon gespannt auf diese, zumindest die Vorschaubilder deuten darauf hin, dass das in Folge 7 eine größere Rolle, auch der Titel, muss man sagen, von Folge 7, deutet da so ein bisschen drauf hin, dass da vielleicht noch was Größeres auf uns wartet. Deswegen, ich bin auch da vorsichtig, optimistisch, aber wirklich vorsichtig. Mal sehen, was da noch so kommt. Ich bin soweit erstmal durch mit meinen Stichpunkten. Ich habe mir jetzt hier noch notiert, dass ich, dass man es schon merkt, dass die ganzen DarstellerInnen jetzt schon älter sind. Und ich hatte manchmal so, also ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob es einfach awkward Teenager so sind, aber irgendwie hat es für mich manchmal nicht so richtig gepasst. Oder auch die Synchronstimmen waren manchmal so ein bisschen slightly off. Oder ich konnte es aber nicht so richtig deuten, ist das jetzt gewollt oder ist das jetzt einfach nur, liegt es an der Übersetzung oder ja. Nee, gerade Billy hat einen extremen Wachstumsschut gemacht. Den nimmst du auch nicht mehr, als wirklich ein kleiner Bruder war. Meinst du Will? Will, meine ich. Ja, gut. Habt ihr sonst noch was? Nö, ich bin Hauptsache, dass die lebt. Alles andere ist mal fast gut. Der auch noch nicht so viel zu tun hatte, diese Nähenwaffe, oder? Das meinte ich ja. Ja, ja. Dass der wirklich fast schon zur Randfigur degradiert wurde. Eben durch die vielen Charaktere muss er sich unterordnen. Ich hoffe, dass er noch irgendwie sowas wie seine großen Momente kriegt. Das hat uns ja schon Deadpool klar gemacht. Zwei, drei Momente mehr braucht es nicht. Gebt uns noch unsere zwei, drei Dustin Momente. Und Hopper vielleicht noch ein bisschen glänzend. Ja gut, Hopper ja, hoffe ich auch noch, dass irgendwas kommt. Dustin Barber ja auch. Also von den vier Charakteren war er ja schon immer trotzdem so ein bisschen der Sidekick. Aber er hat in der dritten. Also den großen Paar. Ja doch, der hatte da sein Duett mit Susi. Hatte er ja schon mehr. Und die, genau das ist nämlich das, weil als Patrick nämlich vorhin auch gesagt hat, ja einige tauchen gar nicht auf. Susi hast du am Anfang gesehen und ist aber jetzt irgendwie passé momentan. Kommt auch nicht mehr. Ja. Ja, es ist total. Hatte Maik nicht auch mal so total die Eltern und sie und sogar Geschwister und so? Ja, ja. Die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Aber es ist noch genug Laufzeit vorhanden. Ja, denke ich auch. Deswegen, ich denke, da wird auch noch. Ja, die können bestimmt noch mal singen, die beiden. Juhu. Das wird passieren. Bestimmt. Was haben sie gesungen? Äh. A Verending Story. Ach genau, A Verending Story. A Verending Story, ja. Naja, also ich denke, also für Fans der Serie ist es auf jeden Fall wieder eine Staffel. Also die bekommen genau das, was sie eigentlich wollen. Und es wird wieder eine kleine Schippe draufgelegt. Also vom Produktionsaufwand sogar eine große. Das Warten hat sich gelohnt wahrscheinlich für die Spielfilm-Episoden. Ich bin nicht ganz so angetan. Ich hätte mir lieber so einen Schritt zurück, so Richtung Staffel 1 gewünscht. Aber ich verstehe auch, wenn jetzt für viele Leute das natürlich. Es wird immer größer. Ich habe geschrieben, ein Understatement ist die Serie längst nicht mehr da. Die fegt einfach über die Bildschirme und bringt ganz viel Nostalgie-Referenzen. Ein bisschen Grusel, vielleicht effekthascherischen Grusel bringt sie mit. Für mich hat sie aber auch so ein paar Staffeln, ein paar Schwächen, die sie halt auch schon die ersten Staffeln eingeführt hat. So war eine ganz große Klischee-Kiste und dieses ständige, auch dieses Stück weit Repetitive, die hat sich in dieser Staffel bisher, ich spreche nach drei Folgen, ich bin ja das absolute Lamm, weil ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, haben sich bisher für mich bestätigt. Ich hoffe, dass sie vielleicht es schaffen, da wirklich auszubrechen, indem sie sich auch mal wirklich handlungstechnisch oder auch mal von den Figuren her wirklich was trauen. Da, wie gesagt, kann ich aber noch nicht sagen, so Ersteindruck ist, ja, ich werde jetzt weiterschauen und ja, gut. Dann, ihr könnt gerne noch auch ein Fazit oder ein Appell nochmal von euch dran hängen, das will ich euch natürlich jetzt nicht verwehren. Ich entlasse es einfach mit euren Worten, dann sind ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen optimistischer, wenn sie in die neue Staffel gehen. Patrick, willst du noch kurz einen Schlusssatz sagen? Ich hoffe auf noch eine Schippe mehr Horror, also je mehr Horror kam, desto mehr war ich angefixt. Bisschen muss man schon damit rechnen, dass einige Charaktere fast schon zu Nebendarstellern degradiert werden und ein paar Längen muss man auch in Kauf nehmen. Ja, ob das jetzt so funktioniert hat mit dem Optimismus, ich lasse Sven nochmal ran. Ich bin ultra gehypt, ich kann es kaum erwarten, mir heute Abend hoffentlich die nächsten Folgen anzuschauen. Es gibt, was wir ja auch schon erörtert haben, ein paar kleine Lücken. Ist aber nicht schlimm, weil es danach direkt wieder scheppert. Ich finde es geil, ich bin mega gehypt. Gut, dann danke euch beiden, dass wir hier über unseren ersten Eindruck quasi zur vierten Staffel von Stranger Things reden konnten. Mal sehen, wie wir das dann mit den letzten Episoden in Hand haben, inwiefern es die vorab geben wird oder inwiefern wir uns zusammenfinden und nochmal insgesamt und vielleicht auch mit Spoiler-Teil über diese vierte Staffel von Stranger Things reden werden. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Serie, wenn ihr den Bock drauf habt. Und ansonsten bleibt mir noch so sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss. Tschau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus